Der Schulhof, weil man sich dort gut auspauern kann. Die netten Lehrer, die Bibliothek, die Mensa und viele neue AGs. Der Kiosk, Sport- und Pausenhof, die Kicker, der Pausenhof, die Bücherei, die meisten Fächer, der Schulhof, viele neue Freunde, die Sporthalle, die Bücherei, unsere Klasse. Ich finde den Schulhof hier ziemlich schön. Die Bibliothek, die Beratungshilfe von Frau Land und ihr Raum, der Kiosk, die Lehrer, der große Schulhof, der Sportunterricht, dass es so viele AGs gibt, viele Lehrer, die Aula, der Fußballflops, die Mensa, die Kunsträume, die Unterrichtsgestaltung, den großen Schulhof, die Bücherei, die tollen Veranstaltungen der SV, die Kunsträume. Wir mögen die Bücherei sehr gerne, weil man dort gemütlich sitzen und lesen kann und die neuen Nebenfächer, wie Bio, Chemie, Erdkohle und die ganz vielen anderen. Die netten Mitschüler und die netten Lehrer, die neue Klasse, der interessante Unterricht, alles.